Jetzt geht es los, Achtung! Alter Schwede! Jetzt auf mich drauf, was das wäre, ich kann mich so schön abführen. Aber wir sehen es schon hier, die beiden Röhrchen sind eingefroren. Ich stelle es jetzt hier hin, das laufen beide, und da kann man nicht lieber sehen, wie das Messing-Röhrchen mal hingefroren bleibt und wie das Glas wird langsam auftauchen. Ja, ich bin hier hinter mir.